bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wir haben von einem interview gehört, dass Ayman Matsyek, der Führer sozusagen vom Zentralrat der Muslime, einer Zeitung gemacht hat und in dieser Zeitung hat er, oder in diesem Interview hat er, Mohammed Khurshid, den statisch geprüften Islamzerstörer aus Münster kritisiert, er hat unter anderem gesagt, dass er redet, also dass Mohammed Khurshid redet wie ein Orientalist und nicht wie ein Islamwissenschaftler und wie gesagt, er hat mehrere Punkte erwähnt, wo er diesen staatlich geprüften Islamzerstörer kritisiert hat allerdings muss ich sagen, dass das für meine Begriffe absolut nicht ausreichend ist, weil das ist nicht man muss hier Klartext reden, das ist ganz klar, man muss hier Klartext reden da gibt es einfach nichts mehr zu beschönigen, das ist einfach zu extrem, was dort abläuft ja, und da muss man Klartext reden, ja, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagt in Surat Al-Ahazab das müsste 70. 1. oder 72. Vers sein, ja O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und sprecht ein wahres Wort damit Allah eure Taten segensreich fördere das heißt, wenn wir wollen, dass unsere Taten segensreich gefördert werden dann dürfen wir nicht schmeicheln dann müssen wir die Sache klar auf den Punkt bringen und es hat nichts mit Hikmah zu tun Dinge zu verschweigen oder Dinge schön zu reden denn das Verständnis von Hikmah in Surah 16, Vers 125 und 126 Ja, rufe zum Weg, dann ist er mit Weisheit und schöner Ermahnung und disputiere mit ihnen auf die beste Art und Weise das Wort Hikmah hier, Weisheit, bedeutet nicht Schmeichelei sondern ganz im Gegenteil, wir sehen in der Dawa der Gefährten und in der Dawa der Propheten an erster Stelle, dass sie Klartext geredet haben so hat Ibrahim a.s. beispielsweise ganz am Anfang seiner Dawa mit seinem Volk hat er Klartext geredet Was hat er zu ihnen gesagt? Was sind das für Götze, die ihr euch hingebt? Daraufhin sagten die Wir haben unsere Vorväter vorgefunden, die sie angebetet haben das heißt, wir folgen unseren Vorvätern in dieser Anbetung Daraufhin sagte Ibrahim a.s. in dem er Klartext sprach Ihr und eure Vorväter, ihr wart schon auf einem deutlichen Irrweg oder ihr seid auf einem deutlichen Irrweg Daraufhin wurde er ins Feuer geschmissen aber das ist der wahre Weg Der Prophet a.s. als er angefangen hat mit der Dawa da ist er auf den Berg Safa gegangen und hat dort klar und deutlich verständlich gemacht dass der Weg des Götzendienstes ein Weg ist, der in die Hölle führt Das heißt, wenn es um Dinge geht, die mit Iman und Kufa zu tun haben da gibt es keine Beschönigung da kann man nicht relativieren da muss man Klartext reinreden Ich meine, ich bin schon froh Ich bin schon froh, dass Eimann Matsiik seine Unzufriedenheit zum Ausdruck gebracht hat Aber hier muss einfach Klartext gesprochen werden Hier muss einfach gesagt werden Das, was dort unterrichtet wird hat mit Islam nichts zu tun Dort gibt es Inhalte, die ganz klar und deutlich große Kufa sind Beispielsweise Leugnung der Hölle Leugnung des Paradieses Natürlich Ich habe schon in einem Interview von Mohamed Roshid gelesen Da wurde gefragt, leugnen Sie die Hölle oder auf diese Art und Weise Da meinte er, natürlich nicht Ich leugne nicht die Hölle Aber die Hölle ist dieses und jenes Das heißt, die Hölle ist ein Ort der psychischen Qual wo jeder Einzelne mit seinen Verfehlungen konfrontiert wird und daraufhin sozusagen eine psychische Qual erleidet dass ihm das leid tut und so weiter und so fort Aber im Endeffekt ist das ein Leugnen der Hölle Weil was ist die Hölle? Was ist das Paradies? Jeder weiß es denn im Koran liest Hölle und Paradies haben bestimmte bestimmte Eigenschaften Und wenn man diese Eigenschaften negiert dann hat man keine Hölle mehr Wir könnten dasselbe Beispiel auf die Engel anwenden Beispielsweise im Koran steht Engel Dann sagt jemand, ja Engel sind Klapperstörche Das ist metaphorisch steht hier Engel für Klapperstörche Dann sagt jemand Ja, sie leugnen die Engel Nein, ich leugne ja nicht die Engel Aber mit den Engeln sind Klapperstörche gemeint Dann hat er die Engel geleugnet Genau so wie jemand der sagt In der Hölle gibt es keine Feuerbestrafung In der Hölle gibt es keine Tore In der Hölle gibt es kein heißes Wasser zu trinken Dann hat er die Hölle und ihre Eigenschaften Die im Koran eindeutig beschrieben sind Geleugnet Genau dasselbe gilt auch für das Paradies Punkt Ende aus Das ist eine ganz, ganz klare Angelegenheit Das heißt, hier wird die Hölle geleugnet Hier wird das Paradies geleugnet Hier wird behauptet Hier wird behauptet Dass es nicht auf den Glauben ankäme Sondern lediglich auf die Taten Und dann wird irgendwas von der Ziehmutter Oder einer Frau erzählt In Österreich Die ihm geholfen hat Aber die ja Atheistin war Und die ja deswegen besser ist Als der so und so Der scheinheiligen Saudi-Arabi Völliger Blödsinn Man hat im Islam Falls es diese sogenannte Islamwissenschaft Noch nicht verstanden hat Drei verschiedene Arten von Verpflichtungen Bezüglich der Gruppen Denen man diese Verpflichtung schuldig ist Nummer eins Verpflichtung Allah gegenüber Nummer zwei Verpflichtung den Mitmenschen gegenüber Nummer drei Oder den Mitgeschöpfen gegenüber vielmehr Ja, weil dazu gehören dann auch Tiere Dazu gehören Engel Nummer drei Verpflichtungen der eigenen Seele gegenüber Oder des eigenen Körpers gegenüber Ja, der eigenen Person gegenüber Dass man beispielsweise keinen Selbstmord begeht Dass man keine Drogen nimmt Dass man sich nicht selber zerstört Dass man sich nicht tätowieren lässt Etc, etc Ja Das heißt Hier wird die Religion Reduziert auf die Rechte Gegenüber den Mitmenschen Und das ist klarer Kuffer Weil das erste was man verstehen muss ist La ilaha illallah Bedeutet Niemand hat das Recht angebetet zu werden Außer Allah Und Allah sagt in Sura 51 Vers 56 Oder 57 Vers 56 Ich habe die Menschen und die Jinn Nur dazu erschaffen Damit sie mir dienen Ja Und der erste Befehl Chronologisch im Koran ist Oh ihr Menschen Ja Dient eurem Herrn Das ist der erste Befehl Der erste chronologische Befehl Im Koran Der aufgezählt wird Und dann wird vorher schon Aber nicht in Befehlsform Sondern Sondern In In der Wir Form Ja In der ersten Person Plural Gesagt Dir allein dienen wir Und dich allein bitten wir um Hilfe In Surtel Fatiha Ja Und das heißt Und dann kommt jemand Und erzählt Nö Wir sind ja nicht geboren worden Um Allah zu dienen Er leugnet damit den Koran Er behauptet Das Koran käme Nicht auf den Iman an Sondern es käme lediglich Auf die Taten an Und damit sagt er Das auch Atheisten in sein Paradies eintreten können Das was er Paradies nennt Was aber kein Paradies des Korans ist Was eine Leugnung des Paradieses ist Ja So was heißt das Das ist der erste Mensch Der behauptet Man braucht nicht an Allah zu glauben Um ins Paradies zu kommen Und aus dem Kontext In seinem Buch Erfährt man damit Dass er damit Beispielsweise Eine Frau meint Die sogar Vom Islam Und von allmächlichen Gott Gehört hat Ja und Und da soll man sagen Ja ist kein Kerf Dann Prinzipiell Wird gesagt Dass Allah Nicht zornig ist Wenn man Nicht betet Nicht fasst Und so weiter Das heißt Alle diese Säulen des Islams Werden zu Freiwilligen Taten Degradiert Und das ist laut allen Viermeth Große Koffer Nach allen vier Mäseln Nach allen vier Rechtsschulen Ist das Große Koffer Wenn einer sagt Ja Dass man Beispielweise nicht unbedingt beten muss Ist gut wenn man betet Ja Aber man muss das nicht unbedingt Und umfassen Und so weiter Uns fort Das ist ganz klar Ja hier Vers 21 Ja Also der erste Chronologische Befehl Im Koran Den wird man finden Suche 2 Vers 21 Ja O ihr Menschen Dient eurem Herrn Dient eurem Herrn Der euch Und die ihn Vor euch erschaffen hat Auf das ihr Gottesfürchtigen werden möge Das ist der erste Befehl Der natürlich heute Wenn man anfängt Mit Zul-Fatihah Immer weiter liest Den man dann Auf den man dann Im Koran stößt Ja Das ist ein Graz und so Das heißt Jetzt kommt jemand Nee Der Leut nimmt praktisch Diese Pflichten Paradies und Hölle Habe ich schon drüber geredet Sagt Atheisten Kommen ins Paradies Sagt die Scharia Widerspricht dem Islam Wo Allah sagt Und wenn ich mit dem Urteil Was Allah herabgesandt hat Das sind die Unglöpungen Bei Ijma Der Gelehrten ist Derjenige Kefir Der ist verleugnet Dass das beste Gesetz Das Gesetz Allah Und der sagt Dass man mit einem Anderen Gesetz Herrschen darf Wie viele Arten Von Kuffer Sollen wir hier noch Sollen wir hier noch Aufziehen Dann erzählt er Der Mensch Hätte etwas göttliches In sich Wozu führt das Zu Pantheismus Oder zum nächsten Götzendienst Wie es auch früher Schon zum Götzendienst Geführt hat Dass Menschen Götzen angebetet haben Und behauptet haben In dieser Götze Sei ein Teil Der Existenz Gottes zentriert Was ist das Wie viele Arten Von Kuffer Soll man aufziehen Deswegen muss man den Herr Maizek Darauf aufmerksam machen Und alle anderen Verbände Dass es hier Nicht zu beschönigen gibt Und wir Sind sehr vorsichtig Mit dem Tag 4 Auf eine bestimmte Person Nur Schauen wir uns das an Wir sagen Wenn man eine bestimmte Person Zum Kaffir erklärt Man sieht beispielsweise Von ihr Eine Tat Die große Kuffer ist Wie zum Beispiel Jemand Uriniert auf den Koran Oder man sieht von ihr Ein Wort Das große Kuffer ist Das heißt Diese Person Beschimpft Allah Oder man sieht von dieser Person Eine Akide Die große Kuffer ist Die kann man natürlich nicht sehen Aber wenn er darüber berichtet Mit seinen Worten Was er glaubt Wie er das in seinem Buch getan hat Islam ist Barmherzigkeit Was wir übrigens schon immer gewusst haben Oder wenn jemand Zweifel hat Das heißt Ich stehe nochmal auf Tate Worte Glaube Und Zweifel Wenn wir bei einer Person Beispielsweise etwas sehen Was große Kuffer ist Im Allgemeinen Natürlich Es gibt Dinge Oder fange ich so an Im Allgemeinen Schaut man Gibt es eventuelle Hinderungsgründe Des Tag 4 Zum Beispiel Wenn jemand etwas sagt Was große Kuffer ist Da würden wir sagen Ist er gezwungen worden Hat er sich versprochen Hat er vielleicht Im Schlaf geredet Hat er vielleicht Den Verstand verloren gehabt Und diese Worte gesagt Zum Beispiel Etwas Schlechtes Über Allah gesagt Beispielsweise Wenn jemand eine Tat macht Er uriniert auf den Koran Dann sagen wir Wusste er Dass dieses Buch der Koran ist Oder hat er dieses Buch Eventuell verwechselt War er eventuell gezwungen Und einige Gelehrte Sagen sogar Und das geht auf Ibn Abbas zurück Einige Gelehrte Sagen sogar Dass Die Entschuldigung Wegen Zwang Nur Dann Da ist Wenn es um ein Wort geht Aber nicht um eine Nicht um eine Tat Warum Weil der Vers Wo Allah sagt Wer Unglaube begeht Nachdem er geglaubt hat Außer dessen Herz Ruhe Im Glauben findet Das heißt Er macht Er sagt etwas Was Kuffer ist Aber im Herzen Hat er den Iman Ja Weil er gezwungen ist Das heißt Man hält die Pistole an Kopf Man foltert ihn Etc Die sind entschuldigt Bei Amar Ibn Yasser War dies allerdings In einer Situation Wo er ein Wort sagen sollte Und keine Tat Aber die korrekteste Meinung Und die stärkste Meinung Ist dass dies sowohl Für Worte Als auch für Taten gilt Und ich habe wie gesagt Gelesen Dass die erste Meinung Auf Ibn Abbas zurückgeht Aber trotz alledem Der Maßstab für uns Ist Ist nicht Ibn Abbas Radiallahu anhuma Auch wenn es so ein Großer Gelehrter ist Insbesondere wenn es Meinungsverschiedenheiten Und das Sahaba gibt Und schaut mal Welche Meinung hat Die stärksten Beweise Allerdings Um das zu erläutern Ja Das heißt Wir schauen Gibt es einen Entschuldigungsgrund Wenn jetzt jemand Ein Buch schreibt Und er schreibt In dieses Buch Seine Akida Seine Glaubenslehre Er schreibt Das Was er glaubt So Welche Entschuldigung Könnte da vorkommen Ta'ui In einigen Fällen Weil Beispielsweise Beispielsweise Ibn Abbas Einige Leute Und das ist immer Schmur Vertrau Wegen bestimmten Ta'uilet Entschuldigt Aber die eine Grundlage haben Ja Oder Ist es Unwissenheit Dann sagen wir erstmal Unwissenheit In Sachen Die Ma'loum In der Die Bitarura Sind Notwendigerweise Von der Religion Zu wissen Ja Diese Ausrede Gilt nicht Also Unwissenheit In Sachen Die notwendigerweise Von der Religion Zu wissen Dass es Ein reales Paradies Gibt Eine reale Hölle Gibt Dass Nichtmuslime Leute Die nicht An Allah Glauben In die Hölle Gehen Hier Kann Nur Derjenige Entschuldigt Sein Ja Das sind die Aussagen Die Gelehrten Dazu Machen Der Gestern Zum Islam Gekommen Ist Ja Oder Also Vor einer Kurzen Zeit Zum Islam Gekommen Ist Und Dessen Nicht Genug Zeit Hatte Zu Lernen Oder Wer Irgendwo Im Dschungel Aufgewachsen Ist Wo keiner Ist Der Ihm Etwas Über Die Religion Er Er Entschuldigt Aber Nicht Aber Nicht Jemand Der In Saudi-Arabien Angeblich Aufgewachsen Ist Den Islam Das Heißt Hier Gibt Es Keine Ausrede Und Diese Interpretationen Haben Keinerlei Grundlage Die Dazu Führen Könnte Dass Man Ihn Entschuldigt Und Deswegen Kann Man Zu Einem Matzek Und Den Anderen Sagen Es Gibt Hier Nichts Schön Zureden Dieser Mensch Will 950.000 Muslimische Jugendliche Mit Dieser Kuffer Akida Mit Dieser Akida Mit Dieser Glaubenslehre Des Unglaubens Mit Islam Nicht Zu Tun Hat Zu Nicht Muslimen Machen Ganz Einfach Das Heißt Hier Geht Es Um Ein Gewaltiges Thema Diese Person Soll Verantwortlich Wären Für 950.000 Jugendliche Und Wir Sind Es Schuldig Dass Wir Uns Darum Kümmern Dass Diese Person Seinen Lehrstuhl Verliert Und Dass Eine Andere Person An Diese Stelle Gesetz Wird Die Wenigstens Islam Beibringt Weil Es ist Besser Man geht Zum katholischen Religionsunterricht Als Dass Man Zu Diesem Islam Unterschied Weil Der Katholische Religionsunterricht Solange Man Nicht Zu Jesus Bet Da Kann Man Zu Den Kindern Sagen Das Ist Nicht Unsere Religion Was Haben Die Erzählt Dass Dass Das 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 Ist Falsch Aber Hier Kommt Jemand Mit Der Verpackung Islam drauf Steht Und Darin Ist Kuffer Darin Ist Unglaube Dinge Die Mit Religion Absolut Nicht Zu Praktisch Leugnung Von Säulen Des Imams Und Leugnung Von Säulen Des Islams Also Dass Sie Verpflichtend Sind Ja Und Noch Viele Andere Sachen Hier Gibt Es Also Nicht Schönes So Schön Zu Reden Da Müsste Man Den Einmal Matzek Fragen Ab Wann Kann Man Jemand Zum Käfer Erklären Wenn Man Sein Buch Gelesen Hat Und Seine Geschichte Gelesen Hat Ab Wann Kann Man Jemand Zum Käfer Klären Wann Wenn Er Sich Taufen Lassen Hat Da Kann Man Sein Erst Kefir Gewonnen Er Ist Vom Islam Abgefallen Oder Wenn Er Mit dem Keter Piller In Die Messe Haram Einfährt Die Kaber Zerstören So Ein Riesengroßes Kreuz Hinsetzt Wann Die Frage Muss Man Sich Mal Stellen So Und Deswegen Noch Mal Dazu Wir Erwachten Von Allen Verbänden Dass Sie Ihre Angst Ihre Ehrfurcht Vor Den Kofar Ablegen Und Sich Für Die Religion Einsetzen Es Gibt In Religion Keine Schmeichelei Mehr Der Prophet Wollte Ihn Töten Und Man Hat Nur Von Ihm Verlangt Man Hat Nur Von Ihm Verlangt Dass Er Aufhört Ihre Lebensweise Ihre Religion Ihre Götter Ihre Vorväter Und Ihre Träume Zu Kritisieren Nicht Mehr Nicht Und Dass Er Damit Nicht Die Gesellschaft Spalt Also Nicht Das Islam Ist Richtig Und Das Was Ihr Macht Ist Falsch Das Wollen Sie Nur Von Ihm Wollen Sie Für Geld Geben Macht Geben Und So weiter Er Das war ja das Angebot. Ja, wir geben dir dies, wir geben dir Geld, wir geben dir Königreich und so weiter. Und dann, was hat der Prophet alaihi sallallahu alaihi wa sallam gemacht? Er hat ihm den Koran vorgelesen, wo er ihn nochmal gewarnt hat. Wo er sagt, wähle den Götzendiener. Das ist der Mennhech und das ist der Weg, der Erfolg hat. Und deswegen, hier muss man ganz klar sagen, diese Person ist ganz klar und deutlich. Ein Kefir ist kein Muslim. Der Papst ist mehr Muslim als der, weil der Papst verleugnet die Hölle nicht. Diese Person verleugnet die Hölle, aber er macht das so geschickt, um die Muslime für blöd zu verkaufen. Er sagt, nee, ich glaube ja an die Hölle, aber die Hölle ist ja nicht die Hölle, sondern eine Frittenbude. Er sagt natürlich nicht die Frittenbude, aber ich sage das erstmal so, damit man das auch versteht, was das hier für eine Volksverdummung ist. Und deswegen muss man sich darum kümmern, dass diese Person abgesetzt wird. Und dann können wir dieser Person ein Survival-Buch von Rüdiger Nebeck gehen. Und dann kann er dann, wie gesagt, in die Rocky Mountains gehen und mit den Eichhörnchen über seine seltsame Islam-Philosophie diskutieren. Das sind meine Worte. Möge Allah uns festigen und möge Allah dafür sorgen, dass diese Person seinen Lehrstuhl bald verliert. Und möge Allah die Muslime in Deutschland beschützen. Amin. Subhanakallahumma, bihamdikashal, wa la ilah, ilah, antastafuk, wa tupalik.